Hallo Sammelfreunde, ich begrüße euch zu einem neuen Collectorsk Video, heute mit dem Multi-Pack aus der UEFA Club Competitions Magitex Extra 2022-23 Kollektion von TOPS. Und das bringt uns, wie ihr schon schön im Bild sehen könnt, 36 Karten aus dieser Kollektion und dazu gibt es eine Gold Limited Edition Card und all dies zum Preis von 5,99 Euro. Das ganze sieht hier unten auch schon schön illustriert, wir haben zwei normale Päckchen aus dieser Kollektion mit zwölf Karten und dazu ein spezielles Limited Edition Card Päckchen, das dann 13 Karten enthält. Kurzer Blick auf die Rückseite, dort finden wir wie üblich Werbung für die Magitex App und sehen rechts nochmal alle Produkte aufgelistet, die es zu dieser Kollektion gibt. Dann haben wir nochmal den Inhalt aufgeführt, plus die nötigen Angaben, also 36 Karten, eine zufällige Gold Limited Edition Card und all das gibt es zum Preis von 5,99 Euro. So, damit haben wir das Wichtigste, was es außen auf dieser Verpackung zu entdecken gibt, abgehakt. Und daher schauen wir jetzt mal ins Innere, ziehen das Ganze hier mal auf und können dann glaube ich relativ einfach unseren Inhalt ausschütten und sehen unsere zwei normalen Päckchen plus das Limited Edition Card Päckchen, das TOPS nicht ganz so schön illustriert hat, wie es außen auf der Verpackung dargestellt war, sondern die Card so in ein schlichtes weißes Päckchen gepackt hat. Wir beginnen aber zunächst mit unserem normalen Booster Päckchen und schauen mal, ob wir aus denen irgendwas ganz besonderes ziehen. Los geht's zunächst mit einem Map Code für euch. So, dann drehen wir das mal hier in die richtige Reihenfolge, um dann mit der Headline Hero Karte von Marquinhos von Arsenal zu beginnen, dann haben wir Wiese James Performance Boost, Sadio Mane als Starburst, David Neres Headline Hero, dann ein Squad Update mit Charlie Simmons, Maritza Sarri Manager Karte, Raphael Guerreiro, Wake Kit, Kian Mbappé als Starburst Karte, Ewen Mui als Squad Zone ist unsere erste Special Karte, dann haben wir Mega Value Thomas Müller von Bayern, die Out of this World Karte mit Harry Kane von Tottenham und eine Crystal Parallel und die ist von der Squad Update Karte von Lukas Gornaduart vom FC Salzburg. So, Päckchen Nummer 2. Auch das beginnt mit dem Map Code für euch. Dann haben wir Mo Salah als Performance Boost, Mexo Kone im Auswärts Trikot, Kubo von Real Sociedad, Starburst Richarlison, Manager Diego Simeone, Antonio Czolak, Starburst, da haben wir die Base Karte von Gornaduart, die wir eben als Crystal Parallel hatten, Rentsch von Ajax, Squad Zone, Gabriel Martinelli von Arsenal, Mega Value Sergio Ramos von Paris, dann die Out of this World Karte mit Matteo Schugribe von Porto und wir haben eine 100 Club Karte im Päckchen mit Kevin De Bruyne von Manchester City. Das ist doch mal ein richtig toller Treffer. Und jetzt schauen wir mal, ob das Limited Edition Card Päckchen das noch in irgendeiner Form toppen kann. Oder ob die Limited Edition Card dann das Highlight in diesem Päck ist. Wir haben zunächst unseren App Code und da kommt sie auch schon, unsere Limited Edition Card mit Mattes Delict von Bayern. Das ist die LE Nr. 9. Und dann schauen wir uns natürlich noch die anderen Karten aus. Mit diesem Päckchen beginnend mit den Base Karten. Russell McKinney als Squad Update, Christoph Galtier, Trainer von Paris. Stefan der Frey als Squad Update, Ruud van Nistelrooy als Manager Karte, genauso wie Sampaoli von Sevilla. Militari mit dem Auswärts Trikot, Jack Bielisch, Eberfalz, Starburst, Casimiro. Dann haben wir die Squad Zone Karte von Pierre-Emerick Aubameyang. So, ich habe mir das natürlich ganz blöd gelegt. Wir bekommen hier gerade keine dritte Karte drunter ohne zu schieben. Das machen wir mal eben schnell. Dann haben wir die Mega Value Karte mit Brozovic von Inter. Die Out of this World Karte mit Acuna von Sevilla. Und dann haben wir eine Man of the Man Heritage Karte im Päckchen. Und die kommt von Pierre-Emil Holberg von Tottenham. So, mit unserem Abschlussbild kann man schön erkennen, dass diese Päckchen dann doch sehr ähnlich gepackt sind. Jeweils eine Squad Zone Karte, eine Mega Value, eine Out of this World. Und die vierte Special Card ist dann immer eine unterschiedliche. Dazu gab es die eine Limited Edition Card mit mattes Delict von den Bayern. Und damit haben wir dann auch, glaube ich, alles geklärt, was es zu diesem Multipack so zu sagen gibt. Falls ihr noch was ergänzen möchtet zu den Karts, die wir gesehen haben oder zum Produkt im Allgemeinen, dann könnt ihr das natürlich jetzt gerne noch unten in den Kommentaren tun. Vergesst darüber hinaus, Like und Abo nicht. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.